hallo und guten tag hat er gesagt ich gucke hier mal wir müssen hier ein bisschen wieder nach norden nachdem wir ja glücklicherweise hier eine gruft gefunden haben und wieder mal ein augapfel mehr haben müssten wir irgendwie ich weiß noch nicht so richtig wie gefahr gefahren das wirkt nice erstmal o4 na ja ich dachte er geht hier ein bisschen mehr ab ne ehrlich gesagt ja dann macht die keule wir sind die mehr schaden hätte ich mir ja nicht so viel mühe jedem brauchen oh man nicht zu angeln so schlecht naja gut tatsächlich können wir nichts warum ja und die denn hier so ich sehe ja nischt macht man hier jetzt nicht ein auf odyschen da haben wir auch ein radio kann ich erstmal einlagern so haben wir hier noch irgendwas interessantes also klar letztendlich ist ja alles interessant ich weiß nicht ob das so ein zeichen ist dass ich sagen soll ich soll mir das holz holen wenn wir hier schon eh mal in der nähe sind weil das ja eh schon alles hier angefressen ist ne letztendlich wenn wir mal bauholz brauchen ist das ja ne schnelle sache hier eigentlich mir fehlt ja eh irgendwie so alles ne auch letztens hier ich muss mal hier so ein bisschen nachgucken hat ja wurde gemeckert muss ich ja mal so erzählen ne da ich nicht koche ne wir angeln erstmal das mach ich irgendwie immer ne angeln kann ja immer das ist immer voll langweilig warum angeln ist immer die ganze Zeit ja weil ich kann und ähm genau so angeln wir mal ne runde angeln kann ich immer ähm aber kochen tue ich nicht ne und das ist natürlich nicht gut ne Entschuldigung Philipp ne dass ich da denn nicht äh nicht so das so mache aber ähm das ist dann eben halt so ich kann es da nicht ändern ne ab und zu koche ich auch mal ich kann ja auch mal was kochen komm beim nächsten Herd kochen wir einfach mal was damit du zufriedengestellt bist und ich was gekocht habe ich weiß mal nicht ne diese kleinen Bafs die bringen ja kaum was wenig bis gar nichts aber für dich werde ich es mal machen ne kein Problem ja ja also ja ja zur Katze hier die ist gerade wieder hier unten komm mal hoch komm mal her komm mal auch hier her sehr schön sehr schön wir haben genug Fische dann können wir hier einlagern wir haben das ganze Haus platt gemacht was ja nicht so schlecht ist so oh sieht da ein Herd Philipp so nehmen wir natürlich auch mit wir hören wir zu auf auf was haben wir im Bock kann ich denn mehrere Sachen hintereinander kochen macht das mich denn glücklicher guck mal das hier kann ich nicht kochen wo sehe ich denn eigentlich weil ich kochen kann guck mal hier so ein Smoothie könnte kochen oder was sehe ich überhaupt weil ich kochen kann ich möchte das kochen ach das geht dann auf einmal guck mal was krieg ich davon erneut kochen um ach so das habe ich schon alles gekocht ach da muss ich denn reinpacken oder was 1 2 3 4 5 6 7 6 oder da war oder da war hier äh gefährlich ne du will ja nicht kochen weil da fehlt ja mir so viel ne auch nicht hier Kartoffeln wir tüften haben wir hier noch Zwiebeln hoch jetzt komm lass mal eine Kartoffelsuppe machen also wir brauchen Eier wir brauchen 1 2 3 4 Eier 7 Kartoffeln und 4 Zwiebeln ok los komm dann kochen wir mal hier das Essen ja lecker mhhh das hat geschmeckt dankeschön das war echt lecker wenn jetzt haue ich den Herd wieder das war auf die Idee von mir nochmal zu gucken mhhh das hat geschmeckt ey oooh das lecker ne Katze putze ich hier auch schon übertriebenerweise ne weil einfach mal übelst lecker was machst du da unten das find ich nicht so geil Katze das du dahin gehst das ist mein Druckerpapier das wär irgendwie cool wenn du nicht dahin gehst aber ich glaub wir haben uns nicht verstanden ne ich glaub wir haben uns nicht verstanden ne naja kannst ja wegrennen mal ein bisschen aber ich krieg dich eh irgendwann weil ich kriege Fleisch hier ja lass mal den Bula umring ey cool kleb mir ne Bär raus alles keine Bär soo hier siehts ja eigentlich nicht so aus uuuuuhh ganz schön kalt ja noch kälter als sonst ok mhm hier siehts aber auch so aus ob müsste man hier irgendwie buddeln ich weiß nicht warum aber nur noch zwei Schätze was machst du da Katze geh mal da weg das macht mich ganz nervös der ist ja in der Ablage wo ein Druckerpapier ist das find ich nicht so lustig weil irgendwann braue ich das und dann bist du zart nuddelt was machst du da ja dann komm auf den Schoß aber geh da weg ne komm hier hauptsache du gehst da weg ah nicht kuscheln jetzt jetzt fragen sie ja alle wieder ob ich auf Knacks bin warum ich immer nach links oder rechts laufe oooohh und warum leckst du mich jetzt ich sag euch ein ne wenn ihr jung seid oder so ne vor ein paar Jahren also meine Katzen sind ja mittlerweile boah die sind äh die wären zwölf oder? ne 13 wären die man hätte früher gewusst ne dass Katzen einfach immer dermaßen Aufmerksamkeit brauchen und so weiter und so fort oh Bauholz aber da können wir ja stopp mal hier gehen wir zum Lagerfeuer wo ist das? da genau das ist nämlich kein Problem da gehen wir nämlich zum Lagerfeuer und und dann können wir nämlich auch mal eine Runde pennen und dann ist das nämlich auch gut hier im schönen warmen Lagerfeuer ja hier ist nämlich schön warm ne so ähm wir brauchen den Bauplan aber natürlich nicht um 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 eigentlich braucht man dich immer weniger so dann machen wir hier mal das Säge-Action ein bisschen ne na gut das wir heute gefarmt haben muss ich ja mal sagen einfach mal zwei hin ne einfach so stell dir mal vor wir müssen ja immer eine Verteidigung aufbauen falls Eventuquell ich kann ja auch hier nur ein bisschen abhacken einfach mal so weil kriegt ja hier auch noch Zeug ne da nicht aber Hauptsache das Rohr bleibt stehen ey ich dachte immer das Rohr ist am Haus befestigt eben nicht das Rohr bis hier alles platt ist ne kann man natürlich machen ob man da muss jetzt weiß ich nicht ich hätte in der Tyrio schon längst was hier ansetzen können ne denn äh hätte würdet auch Gesicht haben ne so wir haben das an Holz und wir haben kaum noch Blätter so und wir haben das an Holz und haben immer noch kaum noch Blätter ich muss ja irgendwie Blätter machen hier Blatt eigentlich ein bisschen ne musst du aber auch mal einladen ja da sind eigentlich die Monster ganz geil die hier so rumspucken weil da kriegst du wenigstens noch ordentlich Blatt ich glaub aber allgemein fehlen mir da auch welche also allgemein dass ich da welche hier äh noch rumstehen oder ja rum tot vor sich her sitzen irgendwie so ich bin ich weiß immer gar nicht was das ist ne ich bin immer noch angekränkt leider muss ich sagen. Deswegen auch mal abhusten. Ich versuche das ja immer zu vermeiden, aber komischerweise in so einem Haushalt ist, passiert ja kaum was. Aber wenn man so aufnimmt, wahrscheinlich, weil man so ein bisschen mehr spricht als sonst. Also ich ich spreche eigentlich privat nie. Ja, ist ja irgendwie der Hals dann belegt und dann muss man husten. Aber jetzt haben wir wenigstens ein paar Blätter hier. Muss ja auch mal sein, ne? Wir müssen ja auch mal ein bisschen Platz sammeln hier. Und wir sind ja fast Level 35, ne? Liebe Leute, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich glaube, ach! Bauholz braucht man, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon daran. Acht Bauholz. Ja, können wir hier noch machen. Das ist super. Dann können wir hier auch mal eine Runde schlafen. Die Bauhaus müssten wir, glaube ich, nur mitnehmen. Sonst können wir nächstes hier schlafen. Zwölf Stunden lang. Geil. Einfach mal so zwölf Stunden. Dann fetzt das. Dann läuft das auch. Mit den Nachbarn. Oh, das hat mir sehr, sehr gut gemacht. Tagsatznis 20. Noch nicht mal einen Monat leben, weil hier unsere idealbe Welt entdeckt, ne? Ich will mal die Axt wieder nehmen. Auf geht es. Geil. Screamy. Das tut mir. Hier ist ja noch so eine Brücke, ne? Ist das jetzt nochmal acht Bauholz? Ah, nur fünf. Oh, das ist aber cool. Ich weiß mal nicht, wozu. Natürlich immer hier so ein bisschen die Fertigkeit. Wir gehen hier erstmal lang, ne? Essen. Mein Essen. Ja, 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 ja. Ich habe dich da schon schleichen sehen. Ja, ab und zu hier auch mal so Wäubchen mitnehmen, ne? Was in einfach so die Sicht... Fähr... Ja. Er hat sich wie ein Richard angehört, der hier hinten überrührt hat. Ja, das ist mir hier zu eng gewesen mit dem Kämpfen. Deswegen, äh... musstest du ein bisschen so leiden. Bleib doch mal stehen. Hallo? Tschüss. Na, hat er ein Plumpsi gemacht, ne? Ein tiefes Plumpsi. Muss ja auch mal sein. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ich ruf hier hin und her. Ich weiß ja nicht, wo ich bin. Ah, jetzt bin ich... Ah, jetzt bin ich... Er scheint noch auf dem richtigen Weg. Kaffee, hier kommt mal ein bisschen was. Okay, und wo geht's jetzt hin? Ach, oh... Oh, hier oben kommen wir zur neuen... Ah, ab zur neuen Map. Und das ist schön. Das freut mich ja. Hier haben wir auch so eine Steintafel. Yeah. Mythos-Tafel. 5000. Finde ich auch gut, dass die jetzt mit einem Hubs weg sind, ne? Kleiner Hund. Mit einem Hubs. So, von hier komme ich... Nicht. Nicht? Nö. Ich komme ja von hier. Da ist die Küste. Okay. Ich hätte ja mir gewünscht, dass ich hier irgendwie noch so ein bisschen... Äh... Was finde? Weil hier ist noch kälter. Ja, aber minus 25. Jetzt hältst du noch aus. Da oben geht's ja auch lang. Okay. So, dann ist ja die Frage, wenn wir hier nichts haben und hier nichts haben und hier nichts haben. Also klar, wir können jetzt hier nochmal zurück und dann die eine Seite da noch abklappern. Vielleicht ist ja da in der Stadt noch was. Aber wenn da jetzt allgemein nichts ist, dann haben wir ja einen schönen langen Weg, da zu latschen, ne? Also hier unsere Kisten hätte ich ja natürlich immer auch gerne. Ich muss ja hier irgendwie noch durchlatschen. Quietsch. Quietsch. Vielleicht ist ja hier noch was dran. Aber ich denke mal nicht. Ups. Ist eigentlich innen drinne, wer... Achso. Ja, er kommt ja nicht weg, du Eierkopf, ey. Aber ich koche jetzt nicht nochmal. Ich weiß, ich habe gesagt, eine ganze Kochsendung. Fisch-Frikadellen. Aber ich muss ja jetzt hier nicht immer kochen, ne? Oder? Oder muikt das jetzt noch? Fisch. So. Ich würde sagen, wir geben das mal ab. Dann können wir ja mal gucken, weil ich glaube nicht, dass hier irgendwas Nahes dran ist. Also wir können jetzt so von hier... Ich weiß ja nicht, was hier so ist, ob da jetzt noch irgendwas kommt, ne? Da kommen wir auf jeden Fall ins neue Land, was ganz, 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 ganz. Aber sonst versuchen wir von denen jetzt da mal gleich hinzukommen. Ja, der passt noch. Ist ja auch hier nicht allzu einfach, weil wegen Schnee und so, ne? Einfach schon. Ab über die Brücke. Ah, erst mal wieder am Scheit. Da ist in dem Busch hängen geblieben. Okay. Also kann hier schon mal nichts Näheres in der Nähe sein. Och, guck mal, wie viel Eisen geht da hier von da? Ist ja noch nicht mal Dings gewesen, sondern richtig, richtig Eisen. So, jetzt ist aber die Sache, hier muss ja auch noch was in der Nähe sein, weil wir können ja nicht jetzt von hier hier so einmal rum oder was. Also wird ja hier irgendwo noch was sein. Gehe ich mal von aus. Wir gucken uns das Ganze mal an, was da drüben denn noch so schönes ist. Gleich, Evento-Quell. Ja, ein schönes Feuerchen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es hier weitergeht. Ah, siehste. Haha. Sind wir doch schon da. Die Sache ist nur hier, dass, äh, ja, hier ist dann alles nicht mehr umzunieten, ne? Deswegen sollten wir eigentlich denn mal gucken, dass wir hier ganz schnell Richtung, äh, Brennermast kommen. Dass die hier alle denn auch sterben, wenn wir die Eimer gehauen haben. Wo ist denn der? Jo, das ist ja noch ein Wegchen, ne? Erstmal die Lage checken, nicht, dass hier jetzt so viele hier rumbusern. Jetzt hier nichts irgendwie. Ich habe gehört, du bist ein gefährlicher Springer. Oh, wir haben das Level ab. Kriegen wir jetzt bitte irgendwas? Er kriegt ja immer noch nichts. Ich denke, er kann jetzt alles. Nächsten Level erst, oder was? Oh, okay, mal. War lange kein Wasserturm mehr gefunden, ne? Okay. Alter! Du hast mich erwischt. Lesen. Der Tod muss keine traurige, graue Angelegenheit sein. Schau dir unsere, was? Unsere nach Kundenvorgabe gefertigte Grabsteine ein. Jede Wunschfarbe ohne Auftrags. Ob wer hätte denn irgendwie einen Grabhinweis, ne? Ich soll gebuddeln. Ich buddel da mal, ne? Ich bin kein Schender von Gräbern, aber ich muss hier auch mal buddeln. Nö, ja, nischt. Okay. Hätte ja sein können, ne? In den meisten geilen Gräbern ist ja irgendwas drin. So. Irgendwie sieht's hier nicht so aus. Wo komm ich da nach oben? Woll ich mal gucken. Obwohl ich auch hier unten könnte, doch. Oh, da ist so ein Grabsteinziegestein. Ich zahau die mal. Das komm ich hier nicht so. Ist okay. Ja, Sionius ist ein Unmensch, ne? Der will die Grabsteine da kaputt machen und so weiter und so fort. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's ja einfach verstanden. Ja, aber das sieht mir ja aus wie buddeln. Ich möchte ja wenigstens nach immer buddeln. Aha. Super, gut. Hier scheint's wirklich nicht weiterzugehen. Dann gucken wir mal ein bisschen nördlicher, denn, aber das in der nächsten Folge, ne? Ciao, ciao.